Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum fünften Video. Dieses habe ich genannt, wie du die Nerven behältst, wenn dich drumherum alles nervt oder vielleicht auch alle nerven. Gerade jetzt so kurz nach Weihnachten, wir haben den 29. Dezember 23, kann das sein, dass du dir denkst, endlich ist es wieder vorbei. So viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Meinungen. Dann auch noch Familie. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du denkst, du bist erleuchtet, triff deine Familie. Ich finde den ziemlich lustig, ziemlich passend. Gerade wenn du so auf deinem Weg bist und du siehst dein Umfeld als Spiegel, so eben auch die Menschen, die um dich drum sind, dass das alles irgendwie auch mit deiner eigenen Resonanz und Energie zu tun hat, was manchmal ziemlich nervig sein kann, anstrengend und ja, keine Ahnung, manchmal auch wirklich richtig, ich will das jetzt nicht so ganz kraftvoll ausdrücken, aber du weißt schon, was ich meine. Und deshalb kriegst du heute hier mit Schüsselersalz Nummer 5, das wird auch ein ganz einfaches Video, weil ich einfach immer nur eine Hand in die Kamera halten kann, mit Schüsselersalz Nummer 5, das Schüsselersalz an die Hand, was dir das Leben retten kann. Ich habe das auch, glaube ich, immer schon mal wieder in meinen Videos erwähnt. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es muss in der Zeit des, ich glaube, Zweiten Weltkriegs gewesen sein, vielleicht war es auch der Erste, ich glaube aber der Zweite, da hat jemand gesagt, der eben auch mit den Schüsselersalzen gearbeitet hat, weil Wilhelm Heinrich Schüsseler hat, ich gucke die ganze Zeit nicht in die Kamera, Entschuldigung, da unten ist die Kamera, Wilhelm Heinrich Schüsseler hat gesagt, oder hat die Schüsselersalze überhaupt erst erfunden, hat sich damit beschäftigt, hat diese Arbeit da reingesteckt und all die Erfahrungen gesammelt, damit, mit dieser vereinfachten Therapie, wie er sie nannte, die war ja Homöopath, aber er fand die Homöopathie nicht ganz einfach, ich finde sie auch nicht ganz einfach, deswegen geht dieser Mensch und diese alternative Methode sehr mit mir in Resonanz. Im Prinzip sind es zwölf, zwölf Basismineralstoffe, die du kennen darfst, damit du extrem viel in deinem Körper selber regulieren kannst. So wollte Dr. Wilhelm Heinrich Schüsseler damals, vor 100 Jahren oder länger, ich muss mir die Zahlen mal wieder genau angucken, den Menschen helfen, weil damals konnte sich nicht jeder eine Krankenversicherung leisten, damals konnte nicht jeder einfach mal eben so zum Arzt gehen und mit dieser vereinfachten Therapie konnten die Menschen sich erstmals relativ einfach selber helfen. Und jetzt zurück zu diesem Kommentar aus einem der Kriege, ich weiß nicht wann es war, der gesagt hat, nur schon für Schüsselersalz Nummer 5, das Kaliumphosphorikum, hätte man Wilhelm Heinrich Schüsseler ein Denkmal bauen müssen, weil allein dieses Schüsselersalz, allein dieser Mineralstoff so extrem wertvoll ist. Kaliumphosphorikum, ich schreibe das ganz groß, Kaliumphosphorikum für deine Nerven. Wie viel geht uns heute auf die Nerven? Wie viel Stress halten wir alle immer aus? Ob es in der Familie ist, die Kollegen, dein Job, was auch immer, die Nachrichten, also so viel, was dir an deine Nerven geht. Und sich davor zu schützen ist nicht immer ganz leicht, Schüsselersatz Nummer 1 war sowas, womit du auch deinen Raum ganz gut schützen kannst, aber hier geht es auch darum, deine Nerven, dein Nervensystem zu stärken, damit du von innen heraus so stark bist, dass es dich alles gar nicht mehr so tangiert. Weil das ist ja im Prinzip der Weg, nicht einfach alles nur abzuschotten und wegzugehen oder Fight, Flight or Freeze Modus irgendwie zu wählen, sondern was kannst du für dich innerlich tun, damit du besser in dieser Welt sein kannst. Du in der Welt. Und da fällt mir gerade ein, ich habe gestern bei Schüsselersatz Nummer 4 gar nicht gesagt, wofür es emotional ist. Ich erwähne das vielleicht heute noch ganz kurz. Die meisten, die gestern dabei waren, sind wahrscheinlich auch heute dabei. Und zwar ist Schüsselersatz Nummer 4, das Kaliumchloratum, das Mittel für die Gefühle, um deine Gefühle auszudrücken und zu leben. Also noch ein Punkt, warum auch die Nummer 4 sehr wertvoll ist. Aber es kommt ja auch noch die Masterclass, da sprechen wir über alles viel genauer. Ich möchte hier kurze Impulse geben. Ich weiß gar nicht, wie ich 2016, wirklich, die Videos haben ja, glaube ich, fast alle, nur so um die 5 Minuten. Und ich meine mich zu erinnern, ich habe da relativ in Ruhe gesessen und gesprochen und das Wichtigste so aus meinen Skripten eben wirklich auch mit euch geteilt. Und jetzt rede ich so drauf los und bin ich mich verseh bei 5 Minuten. Also, Schüsselersatz Nummer 5 für deine Nerven. Auch ein schönes Beispiel, natürlich hat Ernährung auch damit zu tun, wie es uns geht, wo wir stehen und womit du dein Nervensystem extrem gut unterstützen kannst, grobstofflich oder eben aus deiner Ernährung, sind Walnüsse. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, schau mal, wie eine Walnuss aussieht. Sie sieht aus, wirklich exakt wie ein Gehirn. Und oft zeigt uns unsere Nahrung, wofür oder wem, was sie dient in unseren Geweben. Brich mal eine Möhre durch und guck sie dir an. Die sieht aus wie ein Auge. Vitamin A für die Augen. Also, es ist wirklich, vieles ist kein Zufall. Und dieses Lecithin in den Walnüssen ist super gut für dein Erdensystem. So auch Nummer 5. Ich habe die Nummer 5 auch schon im Video, im zweiten Video erwähnt, weil die 2, 5 und 7, die sogenannte Energieschaukel, eine extrem wichtige Energiemischung ist. Das Kaliumphosphoricum gehört nämlich wieder zu den Phosphorverbindungen, die immer, immer, immer kräftigend wirken, stärkend wirken. Die Nummer 5 ist auch ein Bestandteil der Kraftmischung, die 3, 5, 8. Das ist, die sind ähnlich, 2, 5, 7 und 3, 5, 8, aber doch sind sie irgendwie ein bisschen anders gelagert. Was ich toll finde, was ich von meiner Lehrerin damals gelernt habe, 2 plus 5 macht 7, 3 plus 5 macht 8. Das heißt, du kannst dir relativ gut merken, also mit diesen beiden Kombis kannst du so viele Hürden nehmen. Von daher, die 5 ist einfach ein Allrounder. Und ein richtig, richtig tolles Mittel. Woran man das erkennt, dass die Nummer 5 gebraucht wird, ist, wenn du zum Beispiel einen Bleistift hier an deine Schläfen hältst und du hast hier so ein, wie so eine Kerbe drinne. Manche sehen hier auch so aschfahl aus. Also wenn hier schon das Ganze wie so ein bisschen eingefallen ist, ist das ein Speicherzeichen, ein ganz, ganz, ganz großer Bedarf an Kaliumphosphoricum. Du kannst dieses Schüsselersalz nicht überdosieren. Es kann dir nur guttun. Auch bei Migräne oder eben so Herzstolpern. Alles, was ich bei der Nummer 2 erwähnt habe, ist eben bei dieser Nummer 5, gerade so in der Kombi, richtig, richtig wertvoll. Aber das A und O sind deine Nerven. Wenn du oft genervt bist, aus der Haut fährst, nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht, versorg dich mit der Nummer 5. 10 bis 20 Tabletten. Wenn du vielleicht auch gar nicht mehr, weil es bei dir in Richtung Burnout, Depressionen geht, du bist so am Ende, dass du gar nichts mehr weißt und keine Lust auch auf Kombinationen, ach und Schüsselersalze. Nimm einfach bitte nur die Nummer 5. Die wird dir guttun. Und halt mal 1, 2, 3 Monate durch. Du wirst es merken. Jeden Tag 10 Tabletten lutschen oder in Wasser. Das ist so, so, so wertvoll. Und ansonsten generell, wenn die Haut so gräulich, aschfahl, die Augen nicht mehr glänzen, das sind alles Zeichen. Und tatsächlich, auch ganz tolle Erfahrungsberichte aus der Sterbebegleitung oder auch pflegende Angehörige brauchen die Nummer 5. Garantiert. In Sterbephasen kann das helfen. Vielleicht auch, die Schüsselersalze gibt es ja auch in Tropfen oder man löst die Tabletten auf, den Sterbenden so auf die Lippen oder vielleicht nur schon irgendwie auf die Kopfkrone träufeln. Sowohl der Sterbende als auch die Begleitenden. Also die Nummer 5 wirkt so stark kräftigend. Jo. Hab ich noch was vergessen? Ja, so, also die Nummer 5 ist halt einfach, wenn wir so von innerlichen Themen sprechen, das ist einfach das, ja, das ist das Wohlfühl, also das ist das Salz, dass du überhaupt wieder auch zu dir kommst. Das ist so, das tut einfach gut. Das ist so wertvoll. Jetzt bin ich schon wieder bei 9 Minuten. Hilfe, Hilfe. Aber es macht auch einfach viel Spaß mit dir. Wenn du noch mehr Zeit als 7 bis 10 Minuten pro Schüsselersalz mit mir verbringen möchtest, dann melde dich hier unten an für meine Masterclass am 02.02.24. Ich freue mich so und danke jedem von euch für euer Vertrauen. Eine schöne fünfte Rauhnacht und bis morgen zum nächsten Video. Alles Liebe.